Der Unterschied zwischen Ooi und Takusan. Ramen wo Kino-Yori Sambai Ooku-Tabeta. Ich habe dreimal so viel Ramen Nudeln gegessen wie gestern. Also das wird verglichen mit der Menge von gestern. In diesem Fall geht nur Ooi. Bei Takusan dagegen geht es auch um das Mentale. Wenn man sagt ich hab genug, ich hab satt, dann sagt man Mo Takusan da. Und nicht Mo Ooi. Das sind die Unterschiede. Japanisch ist ziemlich einfach, oder?